Du willst ohne Umwege 10.000 Euro pro Monat verdienen? Dann bleib jetzt hier. Und wenn ich dir jetzt sage, dass das ohne Risiko, ohne Dropshipping, ohne China-Produkte... Sorry, sorry. Das hier ist ein Coworking-Space. Videoaufnahmen sind ausdrücklich verboten. Das steht so in den AGBs. Ach, Mensch, ist doch gar niemand hier jetzt. Doch, ich. Darf ich auch gleich deine Zugangskarte sehen? Zugangskarte, Zugangskarte. Wir haben die Produkte. Das ist genau das Mindset. Du, das Leben. Das, was falsch ist. Das ist kein Big Thinking. Das ist, äh, das ist Klein-Kagerns. Galaxus.ch. Fast alles für fast jeden.